Hallo, ich bin Laura Wagers-Koch. Ich bin Judoker und habe in Rio die Bronzemedaille gewonnen. Ich bin normalerweise auf der Judo-Matte zu Hause, aber heute sind wir hier in der Sprunghalle, weil ich von Patrick Hausding die Aufgabe bekommen habe, vom 10-Meter-Wed zu springen. Und ja, Challenge accepted! Lieber Patti, ich habe die Herausforderung geschafft. Ich gebe jetzt den Staffelstab an den nächsten Sportler weiter. Dem wünsche ich viel Erfolg mit meiner Aufgabe und zwar einmal meine Lieblingstechnik Uchimata zu werden.